Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute wollen wir euch über die Vorteile der Spindelrasenmäher informieren. Diese hervorragenden, wenn auch hierzulande relativ wenig genutzte Art des Rasenschneidens bietet tatsächlich eine ganze Reihe von Vorteilen. Über die Spindelrasenmäher haben wir in unseren Videos schon einiges zusammengetragen, aber für diejenigen unter euch, die dieses vielleicht noch nicht kennen, wollen wir hier einmal das Wichtigste sagen. Spindelmäher werden in der Regel mit Muskelkraft bewegt und haben an der waagerechten, rotierenden Spindelmäher Messer. Die in sich gebogenen Klingen schneiden die Halme ab, da sich beim Schieben des Geräts die Spindel an einem Gegenstück vorbeischiebt. Den Schnitt kannst du dir vorstellen wie mit einer Schere. Und das ist der wichtigste Unterschied zu einem herkömmlichen Sichelrasenmäher, bei dem sich ein schnell drehendes Messer die Halme eher abschlägt. Schauen wir uns also die Vorteile der Spindeltechnik genauer an. Wenn du überlegst, welchen Typ von Rasenmäher du anschaffen willst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass der Spindelmäher bei allen Vorteilen über dein Grundstück geschoben und dabei mit Muskelkraft angetrieben werden muss. Deshalb ist er auch eher für nicht zu große Flächen geeignet. Wer eine sehr umfangreiche Rasenfläche mähen muss, muss dann zum motorbetriebenen Sichelmäher greifen, aber diese sind sehr teuer und auch wirklich für große Flächen wie Sportplätze, Parkanlagen oder Golfplätze gedacht. Bleiben wir also beim heimischen Rasen in üblicher Größe und nehmen wir den Spindelrasenmäher vor. Beim Kauf wirst du schon einmal den ersten Vorteil sehen. Er ist sehr viel günstiger als ein Sichelrasenmäher in vergleichbarer Größe. Das Modell von Einhell kostet beispielsweise mit einer Schnittbreite von 38 cm rund 70 Euro. Das liegt daran, dass der gesamte Motorkomplex, den ein klassisch elektrischer oder benzinbetriebener Rasenmäher hat, nicht benötigt wird. Dies führt uns auch gleich zum Vorteil Nummer zwei. Denn während der Rasenmäher mit Motor eine gewisse Lautstärke verursacht, ist der Spindelmäher mit seinem Handantrieb äußerst geräuscharm. Das ist vor allem nützlich, wenn die Gemeindesatzung bestimmte Zeiten vorschreibt, in denen Ruhe sein muss. Mit dem Spindelrasenmäher musst du dich daran nicht halten. Du kannst sogar am Sonntag deinen Rasen mähen. Ein weiterer Pluspunkt für den Spindelmäher ist das geringe Gewicht. Wer sein Rasenmäher zunächst transportieren muss, ehe er zum Einsatz kommt, weißt du es zu schätzen. Aber auch während des Betriebes des Rasenmähers, wenn man das Gerät über den Rasen schiebt, ist ein Leichtgewicht eine echte Erleichterung. Besonders schwer sind bei den Sichelmäher die benzinbetriebenen Modelle, bei denen man auch den vollen Tank zu bewältigen hat. Dieser entfällt hier komplett und auch der störende Schnur des Elektrorasenmähers gehört beim Spindelmäher der Vergangenheit an. Du musst kein Kabel ausrollen und auch nicht darauf achten, es nicht zu zerschneiden. Auch die Handhabung ist einfach. Aber der größte Vorteil ist der perfekt geschnittene Rasen. Durch die Technik, die die Halme eher abschneidet als abschlägt, wird ein tief gemähter, sattgrüner Rasen die Folge sein. Die Gräser werden an der Schnittkante nicht zu grob verletzt, weshalb sie nicht austrocknen, sondern sattgrün ein ebenmäßiges Bild hinterlassen. Außerdem sei noch erwähnt, dass das Rasenmähen einen mit dem Spindelmäher körperlichen Einsatz fordert, der sich zwar nicht mit dem Fitnessstudio vergleichen lässt, aber doch bei regelmäßigem Gebrauch zur Fitness durch die Gartenarbeit beiträgt. Keine Angst aber haben, musst du, dass der Mäher so schwer zu schieben ist, dass es in Schwerstarbeit ausartet. Da diese Art von Rasenmähern ohnehin nur in Frage kommt, wenn du eine relativ ebene Rasenfläche hast, wirst du dich schnell daran gewöhnen. Anschließend möchte ich dir raten, nach jedem Benutzen den Spindelmäher zu säubern, damit die Pflanzenreste, die die Messer nicht in ihrer Schärfe beeinträchtigen. Mit einer harten Bürste ist dies schnell erledigt. Unser Fazit. Die Spindelmäher haben viele Vorteile, allem voran der perfekte grüne und gut geschnittene Rasen. Wenn du also die Möglichkeit hast, weil dein Grundstück eine ebenmäßige Fläche ausweist und du die körperliche Anstrengung nicht scheust, kannst du dir nur zu einem solchen Spindelmäher raten. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lass uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenseile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!